In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man Apps auf die VR-Headsets installieren kann und welche Möglichkeiten es gibt, mit Programmen auf separaten Computern Inhalte für die VR-Headsets zu erstellen. Die einfachste Möglichkeit, Inhalte auf dem VR-Headset bereitzustellen, ist sicherlich die Installation der entsprechenden App im Headset selbst. Dafür begibt man sich mit dem aufgesetzten Headset in die virtuelle Startumgebung des VR-Headsets. Je nach Modell und Hersteller stehen unterschiedliche App-Stores zur Verfügung, die sich auch in ihrer Bedienung unterscheiden können. In der Regel muss ein entsprechendes Kundenkonto angelegt werden und auch eine Zahlungsweise für den Erwerb von kostenpflichtigen Apps hinterlegt werden. Ist dies erfolgt, können Apps aus dem jeweiligen App-Store bei bestehender WLAN-Verbindung des Headset erworben und installiert werden. Für den schulischen Einsatz bedeutet dies aktuell, Stand 2021 meist, dass für die Installation von neuen Apps jedes VR-Headset einzeln in die Hand genommen werden muss. Teilweise ist es auch innerhalb von installierten Apps möglich, neue Inhalte nachzuladen, wie zum Beispiel bei der YouTube-App. Manche Hersteller bieten die Möglichkeit, Apps über ein verknüpftes Smartphone zur Installation anzuweisen. Richtige Mobile Device Managements, auch MDM genannt, wie sie zum Beispiel beim Management von Tablets bereits im schulischen Setting bekannt sind, befinden sich derzeit noch in der Anfangsphase, beziehungsweise sind preislich so teuer, dass sie für den schulischen Einsatz bisher noch kaum Relevanz besitzen. Die zweite Möglichkeit, Inhalte auf die VR-Headsets zu bringen, beziehungsweise sogar zu erstellen, ist die sogenannte Authoring-Software. Dabei werden auf einem externen Computer oder Tablet VR-Inhalte erstellt oder vorbereitet und dann entweder kabelgebunden oder über die Cloud in den entsprechenden Apps auf den Headsets bereitgestellt. Vor allem bei der Erstellung von interaktiven 360-Grad-Touren bedienen sich viele Anbieter der Möglichkeit, die Touren auf externen Geräten zu erstellen. Für den Einsatz im Unterricht bietet diese Möglichkeit einige Vorteile, da mehrere Schülerinnen an den Computern oder Tablets arbeiten können und die Interaktionen und Absprachen innerhalb der Arbeitsgruppe leichter sind, als wenn die Schülerinnen jeweils ein VR-Headset für die Erstellung der Touren tragen müssten. Außerdem lassen sich zusätzliche Medien wie 360-Grad-Bilder, Videos oder Audiodateien leichter in die Touren einbauen.